Testrecording, Testaufnahme, Zoom X-Y-H-6-X-Y-Microphone at 32-bit float recording. Am Ende dieses Videos werden wir die Klangqualität mit Zooms ZPC-1 Stereopaar sowie den XY-Mikrofonen des Tascam X8 vergleichen. Time Warp-Links in the Video Description. Zoom X-Y-H-6 is connected to the Zoom F8N Pro Multitrack Field Recorder. Der XY-Winkel ist aktuell auf 90 Grad justiert. This is what it would sound like with the angle adjusted to 120 degree. Nun ist der Winkel wieder auf 90 Grad justiert, jedoch sind beide Kapseln durch den WSU-1 Windblocker geschützt. This Universal Dead Cat can be used with a wide range of additional audio gear. To display a more realistic speech recording scenario, both channels are going to be centered into one mono track. This is free speech inside a medium-sized room with quite some reflections. Das XY-Mikrofon von Zoom ist über den proprietären 10-Pin-Anschluss per ECM3-Verlängerung an den F8N Pro Multirekorder angeschlossen. Since we are able to record at 32 floating bit, we can now picture the full potential of this microphone, which originally came bundled with the Zoom H6 at quite some years ago. Es existiert eine ältere Aufnahme in dieser Playlist, wo man das XY-H6 mit 24 Bit und 48 Kilohertz am Q8N4K vergleichen kann. This is when I speak loud. So klingt es, wenn ich flüster. So klingt es, wenn ich flüster. Ich spreche es, wenn ich umsetz. So klingt es, wenn ich es oder so Eiweißdiskussend redebige. E macht nur eine fragilie. So klingt es, wenn ich das zu Ende weiß. Now, ich Dancing with Zoom XY-H6 ältere, matched pair of microphones, Zoom ZPC-1. Beide XY-Paare sind exakt im selben Winkel ausgerichtet. No additional effects are in use. Now let's compare Zoom XYH-6 to the matched pair of microphones, Zoom ZPC-1. Beide XY-Paare sind exakt im selben Winkel ausgerichtet. No additional effects are in use. Ich habe lediglich die Lautstärke normalisiert. We are recording at 32-bit float at 192 kHz. Ich habe lediglich die Lautstärke normalisiert. We are recording at 32-bit float at 192 kHz. Wir lauschen einen Moment der Stille. Wir lauschen einen Moment der Stille. Now let's compare Zoom XYH-6 to the proprietary microphones of Tascam PortaCapture X8 by the Audio Recorder. Beide Audio Recorder nehmen bei 32-bit Wortbreite mit 192 kHz auf. No additional effects are in use. Now let's compare Zoom XYH-6 to the proprietary microphones of Tascam PortaCapture X8. Beide Audio Recorder nehmen bei 32-bit Wortbreite mit 192 kHz auf. No additional effects are in use. Ich habe lediglich die Lautstärke normalisiert. Die Ausgabe des Videos wurde auf 24-bit Wortbreite bei 48 kHz optimiert. Ich habe lediglich die Lautstärke normalisiert. Die Ausgabe des Videos wurde auf 24-bit Wortbreite bei 48 kHz optimiert. Let's listen to a moment of silence. This is how brown switches sound like about 20 inches away. You can Untertitelung des ZDF für funk, 2017